Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal Kreativ4All. Heute wird mein letztes Projekt dabei sein, weil dann der neue Katalog anfängt. Ich habe mich entschieden für Bienenliebe, für die 3D Prägeform Bienenwabe und die Stanzformen Blumen und Bienen. Dabei ist mir ein Fehler unterlaufen. Ich habe nämlich mein Video nicht angestellt und habe dafür schon meine fertige Karte gestaltet. Jetzt habe ich mir überlegt, ich werde eine ähnliche Karte noch mal gestalten, nur mit anderen Farben. Schaut mir einfach zu. Bis dann. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. 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 So bleibe ich bei diesen beiden Kartenprojekten. Falls ihr noch keine Demo habt. Und die zwei Kataloge auch noch nicht bei euch sind. Dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail. Und ich sende euch die zwei Kataloge. Bis zum nächsten Mal. Eure Nahte. Eure Nahte. Bis zum nächsten Mal.